Der Montagmorgen-Espresso mit Thomas Schneider Ich wünsche einen guten Montagmorgen. Heute meine Gedanken zu einem Zitat des berühmten Oscar Wilde. Nach einem trefflichen Mittagessen ist man geneigt, allen zu verzeihen. Im Business-Umfeld ist dies zwischen zwei Personen ab und zu mal an der Tagesordnung. Ein Konflikt, ein Positionskampf, eine scheinbar verfahrene Situation. Gerade in solchen Situationen sind weitere E-Mails, ein weiteres emotionales Telefonat, ein Zwischentür- und Angelgespräch oder auch eine Sitzung nicht mehr das richtige, das heißt zielführende Setting. Deshalb empfehle ich öfters mal den Versuch, das Umfeld zu wechseln und sich zum Beispiel bei einem Mittagessen, einem gemeinsamen Kaffee oder einem Bier auszutauschen. Und dies eher nicht in der unternehmenseigenen Kantine. In so einem lockeren Setting fällt es in der Regel leichter, zusammen auf die Meta-Ebene zu gehen und die Situation mit Abstand zu thematisieren und Lösungen zu suchen. Eben ganz nach dem Zitat von Oscar Wilde. Vielleicht muss ich da zuerst über meinen eigenen Schatten springen. Möglich. Aber es könnte sich lohnen. Ausprobieren und den ersten Schritt tätigen. Auf in die neue Woche. Mit wem treffe ich mich diese Woche bewusst zum Mittagessen oder Kaffee oder Bier? Ich wünsche dir einen guten Wochenstart und guten Appetit. Bis zum nächsten Montag. Bis zum nächsten Mal.